Die Kunstrasenfläche der Sportanlage Kurtlöser in Annaberg-Buchholz wird in mehreren Etappen erneuert. Das berichtet die Freie Presse mit Bezug auf die jüngste Stadtratssitzung. Die Mitglieder des Stadtrates haben laut Zeitungsbericht den deutlichen Mehraufwendungen für die Sanierung des Kunstrasens trotz insgesamt angespannter Finanzlage einhellig zugestimmt. Der Kurtlöser Sportplatz in Annaberg-Buchholz besitzt unter anderem eine Laufbahn, eine Kunstrasenfläche, Flutlicht sowie eine Tribüne mit 250 überdachten Sitzplätzen.